So Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mail Day, PSA, unverkennbar. Unter Mix Fußball und Basketball, hauptsächlich Basketball. Viele schöne Karten werden wir heute sehen. Wir schauen uns jedes einzelne Grade an. Und wie ihr seht, die Karten sind zum Teil so ein bisschen foliert worden. Habe ich auch noch nie gesehen, aber wir schauen uns jetzt alles an. Dieses Video wird durch unseren Partner Wotnut unterstützt. Doch was ist Wotnut eigentlich? Wotnut ist wie das hübsche Kind von Frau Ibe und Herrn Twitch. Wotnut ist auch die neue Streaming Plattform aus den USA, auf der du deine Lieblingskarten ersteigern oder kaufen kannst. Sei es aus dem TCG Universum mit Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! und so weiter, aber auch Sportkarten. Natürlich ist auch euer Lieblingskanal hier aktiv. In der App kannst du kaufen, verkaufen, starke Giveaways abräumen und noch vieles mehr wird die nächsten Wochen kommen. Wenn ihr euch unter diesem Link registriert, bekommt ihr eine 10 Euro Gutschrift auf euren ersten Kauf. Also wartet nicht lange und ladet euch die App runter und kommt rein in die wilde Party. Den Link gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Wir kommen rein über Jamal Mousiala. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist eine Rookie. Doch, das ist eine Rookie. Pink X-Fractor. Top Scrum UCL. Und wir sehen eine neue. War auch sehr schöne Karte. Mousiala Rookie. Nimmt man immer mit. Richtig schöne Karte. Vor allem kommt sie auch noch im Slap. Der Flash ein bisschen rüber. Dann eine Karte. Da haben wir ja auf der London Card schon einen Deal gemacht. Zuvor hatte ich die dann schon bekommen und eingeschickt. Also der Deal war ja diese drei. Also Moukoko, Musiala und auch Müller. Kabum. War eine lange und zähe Verhandlung. Und wir sehen jetzt noch eine 10. Also Müller, Kabum in einer 10. Machst du nichts falsch mit. Nimmst du gerne mit. Dann hier eine Karte, die ich schon länger habe. Und jetzt geht es hier schon los mit der Folie. Keine Ahnung warum. Schauen wir mal rein. Das ist David Alaba Kabum aus 2017. Im Österreich Trikot. Und wir bekommen eine 9. Also man sieht hier, wie das Design sich über die Jahre verändert hat. Ist natürlich hier ein bisschen spektakulärer. Aber Kabum ist Kabum. Freuen wir uns. Schöne Karte. Dann hier, da haben wir ja die Serie voll gemacht. Mit Vector aus Recon. Sehr, sehr schöne Karte. Aber die Karte ist was Besonderes, weil die ist zu 10. Hier, Derwin Booker zu 10. Ich weiß gar nicht, ob wir die selber gezogen haben. 3 von 10. Sehr geile Karte. Sehr geiles Design. Hoffen wir mal, dass auch... Oh, mir schwankt böses, mir schwankt böses. Leider, leider nur eine 8. Ja, schade drum. Etwas dickere Karte auch. Aber natürlich so eine coole Karte. Leider nur eine 8. Schnell weg damit. Dann haben wir Shea SGA zu 25. Auch ein richtiger Brecher, die Karte. Das ist aus Contenders. Season Ticket zu 25 Green Pulsar. Und... Eieieiei, auch nur eine 8. Aber egal, gut, das ist auch eine dickere Karte mal wieder. Aber zu 25 SGA natürlich richtig cool. Ja, gerade die letzten beiden Saisons mega abgeliefert. Jetzt auch wieder MVP Kandidat. Nimmst du mit. So, und jetzt kommen die ganzen Wambys. Oder zumindest einige. Und das war Extreme Team. Auch Rookie Wamby. Und wir sehen eine 10. Sehr geil. Also, die erste Wamby und dann direkt zu 10. Haben wir ordentlich gepullt aus diesem einen Set. Dann geht es weiter mit Rookie Special. Ja, das ist halt diese Gold Variation. Also, die ist nicht so die normale, sondern ich hoffe, es kommt rüber. Diese Gold Variation. Da wird mir auch gleich mal der Preis interessieren. Blende ich mal hier ein. Das ist eine 9 geworden. Also, richtig brutale Karte. In dieser Gold Variation oder Gold Foil. Oder Holo, wie man es auch nennt. Richtig nice das Teil. Weiter geht es mit Wamby Rookie. Das ist, glaube ich, das Alternative Artwork. Und auch hier stauben wir ein 10erchen ab. Richtig nice. Weiter geht die Wamby Action. Das ist hier die reguläre Karte. Die normale Base Karte. Und wir kriegen auch eine 10. Also, ordentlich. Ordentlicher Wamby Lot. Ordentliche 10er-Arie. Dann hier eine schöne Karte. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, woher ich die habe. Aber Kinetics. Sehr schönes Ding. Aus 98. Und ist eine 8 geworden. Das ist halt ein bisschen ältere Karte. Hat schon wahrscheinlich einiges gesehen. Aber gutes Ding. Ja, wie gesagt. Wamby-mäßig haben wir einiges hingelegt. Es gibt vier Karten in Summe. Also drei 10er davon. Das lässt sich doch sehen. Okay, Leute. Dann, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo und ein Like da lassen. Folgt uns auf Whatnut. Und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.